Hallo, mein Name ist Rino Bulliče. Ich bin ein Handmaid-Sigarren-Spezialist bei der Firma Veliger. Heute möchte ich euch gerne eine von unseren Zigarren vorstellen, die wir im Sortiment haben. Und zwar Gorida Honduras. Eine mittelstarke Zigarre. Eine wunderbare Tabakmischung. Geschmacklich sehr, sehr, sehr fein. Am besten würde ich sagen, die ich selber ausprobieren und wünsche euch einen guten Genuss.